Das ist ein Beitrag gegen Politikverdrossenheit. Lasst uns einfach dagegen streiten. Es sind ganz viele Menschen, die mitmachen. Es lohnt sich auch. Bürgerbegehren, was ist das? Wie funktioniert es? Und lohnt sich die Mühe überhaupt? Dass es sich lohnt, zeigt das Beispiel des Schauspielhauses Köln, wo die Initiative Mut zur Kultur 2010 den Erhalt des denkmalgeschützten Gebäudes forderte. Dieses Schauspielhaus soll abgerissen werden, obwohl bekannt ist, dass der Neubau deutlich teurer ist, als geplant war. Und eine Sanierung ist möglich, aber die Verwaltung sagt, es sei nicht möglich. Und lasst uns einfach dagegen streiten. Wir werden zwar nicht Erfolg haben, aber wir werden offenlegen, wo in der Kommunikation der Stadt etwas schiefläuft. Mit prominenter Unterstützung und spektakulären Aktionen, wie etwa einem Karnevalswagen beim Kölner Rosenmontagszug, gelang es den Unterstützern des Bürgerbegehrens, die Rettung des Schauspielhauses zu dem Thema in Köln zu machen. Die Resonanz war enorm. 52.000 Unterschriften wurden binnen weniger Wochen gesammelt. Damit hatte niemand gerechnet. Ein Bürgerentscheid sollte nun über die Zukunft des historischen Gebäudes entscheiden. Im Prozess der weiteren Diskussion, es ging ja immer die Diskussion weiter, wie geht die Sanierung. Wir haben weiter versucht, die Fraktionen zu überzeugen. Es ist uns am Ende gelungen, die Fraktionsmehrheit des Rates auf unsere Seite zu ziehen, dass der Rat am 13. April 2010 dem Bürgerbegehren beigesprungen ist. Das bedeutet, es war kein Bürgerentscheid mehr nötig. Das Bürgerbegehren rettet das Schauspielhaus war also erfolgreich. Doch was muss man auf dem Weg zu einem solchen Erfolg beachten? Alexander Trennhäuser, Geschäftsführer von Mehr Demokratie in NRW, berät mit seinem Team Bürgerinitiativen, die ein Bürgerbegehren auf den Weg bringen wollen. Ich glaube, es gibt viele Bürgerbegehren, die morgens beim Zeitunglesen angefangen haben. Da schlägt ein Bürger dann den Lokalteil seiner Stadt auf und stellt fest, Mensch, meine Idee für die Stadt, die wird eigentlich nicht genügend gewürdigt. Oder er schlägt die Zeitung auf und sieht eine Entscheidung, die ihm nicht gefällt. Das sind dann auch die zwei Arten von Bürgerbegehren. Das eine ein initiierendes Bürgerbegehren, das andere ein kassatorisches Bürgerbegehren, also ein Bürgerbegehren, das einen Ratsbeschluss kassieren will. Wichtig ist, ein Bürgerbegehren, das schafft man nicht alleine. Man muss losgehen und sich Mitstreiter suchen. Man muss aufstehen vom Tisch und von der Zeitung und andere Menschen für sein Vorhaben begeistern. Menschen informieren, nur dann hat man auch eine Chance, die nächste Phase, die Unterschriftensammlung, erfolgreich anzugehen. Auch die Menschen in Bergisch Gladbach wollten etwas ändern. Die Stadt plante 2003 ein dubioses Cross-Border-Leasing-Geschäft abzuschließen. Dafür gab es viel Kritik. Zurecht, wie der Journalist und Buchautor Werner Rügemer meint. Da haben verschiedene Städte, Würzburg, Mannheim und viele andere, auch Köln, ihre Straßenbahnen an amerikanische Investoren verkauft und für einen kürzeren Zeitraum als 15 Jahre wieder zurückgeliest. Geheimhaltung, gezielte Desinformation der Kunden, verbunden mit Betrügereien. Nein, an die Amerikaner unsere Infrastruktur verkaufen, das kann nicht gut sein. Und dann waren wir so eine Gruppe von vier, fünf Leuten und haben versucht, das ein bisschen bekannter zu machen, weil das ja kein Mensch kannte. Das führte dann dazu, dass wir erstmal diese Veranstaltung geplant haben mit Werner Rügemer. Das war im April 2003. Da war eine doch recht ansehnliche, große Bürgerversammlung. Und da merkte ich schon, na, da ist ein ziemlicher Drive drin. Und es hat sich ja dann auch bewahrheitet. Dort wurde tatsächlich dann dieses Cross-Border-Leasing-Geschäft gekippt. Ein Bürgerbegehren erfordert zunächst eine Unterschriftenliste. Die Anzahl der nötigen Unterschriften hängt von der Einwohnerzahl der Stadt ab. Die Stadtverwaltung ist zur Auskunft und Beratung verpflichtet. Die Phase der Unterschriftensammlung entscheidet über Erfolg und Misserfolg des Begehrens. Es geht darum, den Rückhalt in der Bevölkerung zu zeigen. Grundsätzlich gilt, je mehr Unterschriften, desto besser. Wir hatten innerhalb der halben Laufzeit schon 30.000 Stimmen zusammen. Wir hätten jetzt stoppen können. Wir haben gesagt, nö, wir dürfen nur noch zwei Wochen sammeln. Jetzt wollen wir die 50.000. Und das haben wir dann auch gemacht. Da war irgendwann dann diese Zahl der 50.000. Und dass wir das doppelte Quorum erreicht haben, politisch in der Argumentation sehr, sehr wichtig. Dann kamen die Leute auch an unseren Stand und haben gesagt, wo können wir unterschreiben? Ich habe das gehört, ich habe das gelesen. Manche kamen und haben gesagt, kann ich nicht eine ganze Unterschriftsliste mitnehmen? Ich gehe bei mir in ein Haus sammeln, ich gehe in meine Straße sammeln und es wurden immer mehr. Die gesammelten Unterschriften werden der Stadtverwaltung übergeben. Aufgepasst! Erst nach formaler Überprüfung der Zulässigkeit wird im Stadtrat über den Inhalt des Bürgerbegehrens gesprochen. Die Initiatoren haben hier ein Rederecht. Der Rat der Stadt kann den Inhalt eines Bürgerbegehrens wie etwa in Köln übernehmen oder das Anliegen eines Bürgerbegehrens ablehnen. Und dann hat der Rat mit den bekannten Stimmen der Ratsmehrheit das Bürgerbegehren nicht angenommen. Wir durften dann nochmal kurz eine Stellungnahme dazu abgeben. Dann gab es die Abstimmung und das Bürgerbegehren wurde abgelehnt. Wenn ein Bürgerbegehren nicht vom Stadtrat übernommen wird, dann kommt es automatisch zu einem Bürgerentscheid. Und uns von mehr Demokratie ist es wichtig, dass so ein Bürgerentscheid unter denselben Bedingungen wie eine Kommunalwahl stattfinden kann. Das heißt, es muss vorher eine Abstimmungsbenachrichtigung verschickt werden. Es muss dieselbe Zahl an Wahllokalen wie bei einer Kommunalwahl eröffnet werden. Und natürlich muss es die Möglichkeit der Briefwahl geben. Ganz wichtig ist uns auch das Abstimmungsheft, in dem sich jeder Bürger informieren kann, wer dafür und wer gegen das Bürgerbegehren ist. Gerade dieses wichtige Abstimmungsheft hat damals in Bergeschlagbach gefehlt. Es war nicht die Möglichkeit zur Briefwahl zu gehen, das ist sehr vielen sauer aufgestoßen. Es gab nicht die Möglichkeit jedes Wahllokal zu benutzen. Und die Stadt hat sich geweigert, die Menschen zu informieren, welches Wahllokal für sie an ihrem Wohnort, für ihre Straße zuständig ist. Und zwar mit der Begründung, das hat die Bürgermeisterin auch in einer Presseerklärung veröffentlicht, so eine Benachrichtigung an alle Bürger würde 40.000 Mark kosten. Und das hätte die Stadt ja überhaupt nicht zur Verfügung. Wir haben es dann für 5.000 Mark gemacht. Beim Bürgerentscheid wird die im Bürgerbegehren enthaltene Frage zur Abstimmung gestellt. Jeder Abstimmungsberechtigte kann mit Ja oder Nein stimmen. Die Mehrheit gewinnt, allerdings nur, wenn das Abstimmungsforum erreicht wird. Das heißt, es müssen auch genügend Bürger zur Abstimmung gehen. Fassen wir noch einmal zusammen. Bürger erarbeiten Vorschläge, die sie als Bürgerbegehren dem Stadt- oder Gemeinderat vorlegen. Dazu müssen genügend Unterschriften gesammelt werden. Nach vormaler Überprüfung der Unterschriftenliste entscheidet der Rat über den Inhalt des Bürgerbegehrens. Wird dem Begehren nicht beigestimmt, kommt es zum Bürgerentscheid. Ich glaube, man muss fast ein bisschen verrückt sein, um so ein Bürgerbegehren anzufangen. Denn damit ist man wirklich Wochen und Monate beschäftigt. Aber das lohnt sich auch. Es kommt nicht unbedingt darauf an, bis zu dem Moment des Bürgerentscheids zu kommen. Ein Bürgerbegehren hat auch die Funktion, eine Diskussion am Kochen zu halten und mehr Bewusstsein zu schaffen. Wenn Menschen plötzlich anfangen, wieder über die Politik in ihrer Stadt zu diskutieren, überall in der Stadt ein Bürgerbegehren zum Thema wird, dann ist das ein Beitrag gegen Politikverdrossenheit. Und vor allem dieses Gespräch auf der Straße, das ist in gewisser Weise eigentlich die Seele der direkten Demokratie. Es sind ganz viele Menschen, die mitmachen. Es muss nur einer sagen, so jetzt fangen wir an und dann passiert das auch.